Hallo, mein Name ist Dacom und willkommen zu einer Art Best-of-Verkehr. Schaut vielleicht ein älteres Video rein, da lasst vielleicht ein Like. Viel Spaß! Boah, das muss ein ziemlich hättiger Schlag sein. Ich sollte zum Mortal Kombat gehen und mich da bewerben. In der Apotheke ördnen. Ich gehe jetzt scheinbar in die Arbeitsvermedeligen. Das ist wahrscheinlich der stillste Ort hier. Wird wahrscheinlich später der lauteste Ort. Packerschen. Diese Tür. Eichenholz, laut. Boah! Hui! Neuer Horrorfilm, der Priester. Und du? Du bist ein Assistent. Schönen guten Morgen, hört mal zu. Die nächsten zwei Stunden lasst ihr mich in Ruhe. Schönen guten Morgen, ich bin noch nicht wach. Und wenn es mich stört, dann gibt es noch richtig Krach. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Kann ich auch machen. Langsam närzt aber. Ähm, hallo? Auf welcher Wand stehe ich hier gerade? Ich stehe hier auf einer Einbildung. Hallo? Hallo und herzlich willkommen zurück zu Outlast. Ich sehe den blutigen Pfeil da drüben und ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ehrlich, da will man normal kämpfen. Und dann ist da jemand. Und da ist dann einfach keiner. Ich habe ein Pfeil. Wozu sollte ich andere Leute... Well, shit happens. Das ist eine gefährliche Waffe in deiner Hand. Nein. Ja. Ah! Untertitelung des ZDF, 2020 Zeit 1400 Entspendiert Jetzt haben wir die Interviews zügig Oh, jetzt haben sie ihn auf eine airnde Korrtka, Korrtka, kommt ihr noch nie? Smug Statement Ich glaube, dass ich vergessen habe, dass ich die TurboLift-Code verabschiede. Falls du so weit zu erreichen kannst. Ach dieser Droide. Untertitelung des ZDF, 2020